Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode, einem klitzekleinen neuen Durchgang hier, Freunde, bei Sixty Parsecs. Mir hat das Spiel jetzt wahrhaftig noch so viel Bock gemacht, dass ich es doch vielleicht dann noch erzwinge, mir einen zweiten Durchgang vorm Urlaub durchschnabulieren. Geiler Schweiß, Leute. Ich habe richtig Bock drauf. Okay, wir starten ein neues Abenteuer. Überleben. Überleben in einem Fluchtschuttle mit zufälliger Infurten und zufälliger Besatzung? Okay, nein. Das komplette Spielerlebnis. Entkomme von der Station. Überlebe mit deinen Vorräten und deiner Besatzung auf jeden strategisches Erlebnis. Stelle deine Führungskompetenzen auf die Probe und versuche zu überleben. Viele Erfolge und Statistiken sind deaktiviert. Nein, wir wollen das volle Erlebnis. Wir wollen das... Oh, cool. Wir können hier auch Nanobot-Captain nehmen. Okay, wir hatten den als Captain. Wen nehmen wir diesmal als Captain? Vielleicht den einäugigen Piratentypen? Die verrückte Frau? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen... Was ist Tom Thompson? Hat gute... Jedermanns erster Eindruck von Tom Thompson ist seine ausgezeichnete Major voller Tapferkeit. Ein Mann, der alles gesehen hat mit seiner coolen Augenklappe und dem herrlichen, blonden Mähnelt Tom sich für den wahrgewordenen Traum aller Leute. Und die Personifikation des amerikanischen Helden. Leider stimmt nichts davon. Ähm, okay. Äh, Attribute. Okay, warte mal. Was ist mit diesem Nanobot? Die ist sehr beweglich, sehr schlau. Überlebe 30 Tage mit voller Besatzung. Es wird schwierig. Repariere, oder... Der war sehr schlau. Komm, wir nehmen einfach mal hier den amerikanischen Super-Captain. Geil. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Klebeband repariert alles. Aber wie repariert man das Klebeband mit Klebeband? Das ist die endlose Schleife. Das ist einfach wie... Das ist ein Möbius-Band. Das hat kein Innen, kein Außen, kein Anfang und kein Ende. Ja, das ist, äh... Ihr wisst, was ich meine. Astrobürger. Auf die Plätze. Fertig. Hier kann ich mich schon mal umgucken. Besatzungsmitglieder. Komm, ich nehme dich gleich mit, wenn die Zeit losgeht hier. Okay. Ach, Leertaste. Okay, puh. Sekunde verloren. Ist zu voll. Egal. Gib ich da rein. Hier. Rein damit. Hier liegen Werkzeuge. Suppen. Da, the baby guy. Oh, der hat drei Plätze. Der braucht drei Plätze. Shit. Rein mit ihm. Okay. Äh, ich geh da runter. Darunter, da liegen noch Suppen. Hier unterwegs noch eine. Der Kommunikator. Noch eine Suppe. Ah. Da steht eine Frau. Sie schimpft. Zum Shuttle. Okay, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch einen kleinen Augenblick. Suppe. Der Container. Okay, Leute. Auf zum Shuttle. Wir schaffen es uns nicht mehr. Puh. Okay. Wir haben einiges an Besatzung. Oh, Mist. Hätte ich noch mal laufen können? Ich weiß es nicht. Ich habe mich aber nicht getraut. Puh. Okay. Rettung Shuttle. Geil. Aber Leute, das ist noch mal zu 60 Seconds. Ist auch cool. Ist ein Kultspiel. Ja, ich habe es gestern im Stream auch noch mal gedaddelt. Und, äh. Boah, das ist cool, Leute. Das macht auch richtig Bock, ne? Aber ich finde das Spiel, das übertrifft es noch mal. Weil es dieses ganze Konzept von 60 Seconds einfach noch mal auf so ein geiles neues Level hebt. Mit diesem ganzen Kleinkram, den man erledigen kann und muss und es passiert und tägliche Missionen, aber trotzdem noch. Und Expeditionen und Kram und... Geil, Leute. Das ist die neue Crew. Ich habe diesmal nicht viel Suppe. Ich habe diesmal nicht viel Suppe, aber ich habe Klebeband. Das ist schon mal gut. Vier Suppen nur. Vier Suppen nur. Okay. Tom Thompson ist ein Hamsterer. Baby Bronco ist da. Okay, Leute. Grüße, dein ASTHO-Computerassistent meldet sich zum Dienst. Wie beim letzten Mal auch. Du musst wohl Tom sein, was? Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass du aufgrund deiner Taten bei der Evakuierung absolut perfekt dafür geeignet bist, Käpt'n dieses Schiffs zu werden. Wir kommen an Bord des Fluchtshuttles. Okay. Im Namen des Astro-Bürger-Programms bitte ich, die nebensächlichen Umstände zu entschuldigen. Du wirst jetzt 60 Parsecs weit von der Erde wegbefördert. Aktuelles Ziel? Finde einen sicheren Ort zum Landen. Kontaktiere die Auswärtige. Okay, haben wir gemacht. Werden wir machen. Überprüfe den Hauptcomputer, um weitere Anweisungen zu kriegen, wissen wir. Landeplatz finden und Expeditionen entsenden. Gut, das passiert erst nach dem Landeplatz. Das heißt, wir müssen erstmal hier gucken. Herstellungssysteme sind noch nicht aktiv. Okay, Käpt'n. Alle Missionen der Astro-Bürger beginnen mit einer ermutigen Rede. Lass dich nicht von mir aufhalten. Alle sehen deiner Rede mit Freude entgegen, Käpt'n. Mich mit eingeschlossen. Es wird ernst. Okay, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Okay. Intelligenz. Clever. Wir haben ja beim letzten Mal eh überlebt. Und natürlich ist es das Ziel, die Ziele zu erreichen und zu überleben. Aber wir können halt einfach auch mal ein bisschen risikofreudiger sein. Jetzt im zweiten Durchgang. Ja, und mal sagen, ah komm. Eigentlich würde ich es nicht machen. Aber unser Käpt'n ist ein Typ, der es machen würde. Und deswegen, keine Ahnung, er würde wahrscheinlich über Stärke reden. Weil er ist nicht sehr stark. Sie ist nicht sehr stark. Also es sind alles nicht sehr starke Leute. Das ist noch nicht aktiviert. Okay. Ähm, ich würde sagen, Tag 1 bringen wir dann mal easy hinter uns. So, wunderbar. Ein starker Käpt'n ist genau das, was die Besatzung jetzt braucht. Leider war die Demonstration deiner Macht darauf begrenzt anzudrohen, die ganze Suppe selbst aufzuessen. Okay. Hey, was Reden angeht, war deine die schlechteste in diesem Teil des Universums. Darüber ist sich die Besatzung einig. Glückwunsch, Käpt'n. Schon am ersten Tag hast du es geschafft, die Leute zusammenzubringen. Und sogar das, sogar gegen einen gemeinsamen Feind. Ja, sehr gut. Äh, Käpt'n, das Herstellungsmodul im hinteren Teil der Kabine ist jetzt aktiv. Ähm, sie erklärt sich eigentlich von selbst. Diese hochmoderne Technologie lässt sich in Übereinstimmung mit dem Massenerhaltungssatz erschaffen und zerstören. Du brauchst nur ein paar Mineralien, Chemikalien oder Energie und mit der Maschine kannst du Vorräte herstellen, recyceln und reparieren. Außerdem kannst du Gegenstände und Shuttle-Systeme verbessern. Wie ärgerlich, dass du nicht mehr Vorräte mit dir nehmen konntest, Käpt'n. Moment, was? Du hast noch mehr? Ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, wie du das an Bord geschmuggelt hast. Ja, das ist die große Frage. Wie, wie, ja. Ich hab halt ein geheimes Schaufelfach am Körper. Ach, guck mal, der hat sich einen Orden aus so einem Dosending gebastelt. Finde ich auch cool. So, dann schauen wir mal, was auf der Tagesagenda hier steht. Käpt'n, es ist äußerst wichtig, alle an Bord gut zu ernähren. Eine Portion köstliche Dosen-Suppe reicht aus, um meinen Menschen einige Tage lang zu ernähren. Das wissen wir. Es muss eine Weile reichen. Deshalb ist es wichtig, genau darauf zu achten, wie viel noch auf Lager ist. Zumindest, wenn du nicht deine Besatzungsmitglieder verspeisen möchtest. Hahaha, war nur ein Witz. Bitte würdige ihn und lache. Danke für deine Kooperation, Käpt'n. Wer wird die Routineüberprüfung durchführen? Dafür wird nur simple Mathematik benötigt. Ich weiß, dass ich viel verlange. Okay, sie ist clever. Er ist halt dumm. Er hat intelligente Brillanz. Äh, brillante Intelligenz. Okay, er macht das. Er macht das, er macht das. So, hier können wir herstellen Suppe, definitiv. Ich werd erstmal Suppe herstellen, weil bis wir gelandet sind und Expeditionen machen, kann's halt noch einen Augenblick dauern, ne? Deswegen stellen wir auf jeden Fall erstmal Suppe her. Und Expeditionen haben wir halt noch nicht, ne? So, schauen wir mal. So, die Routineüberprüfung ist abgeschlossen. Stimmt doch was nicht, da gibt's einen Fehler. Was hab ich davon, wenn ich Menschen rechnen lasse? Toll, minus eine Suppe. Ein Teil der Vorräte ist verschwunden, damit... Oh Gott. Eine Krise haben wir schon. Die Nahrungsvorräte sind bedenklich klein ausgefallen. Ich empfehle eine sparsame Lebensweise, Captain. Und dass du möglichst bald die Vorräte auffüllst. Trotz des Ergebnisses hat Emmett es meiner Meinung nach verdient, dein Frachtoffizier zu sein. Wenn du ihn munter hältst, wird er täglich eine kleine Menge an Mineralien für dich generieren. Natürlich nur, solange seine Moral nicht so tief sinkt. Okay, Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand, verfügbar Suppe. Okay, Emmett kann uns also Materialien herstellen. Das ist natürlich geil. Captain, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die Gute ist, dass die Luftschleuse erfolgreich als Weltraumtoilette verwendet werden kann. Na toll. Sie ist nun voll und kann nicht in den Weltraum entleert werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schleusenklappe blockiert ist. Wenn du sie nicht bald reparierst, wird unsere verstopfte Toilette schnell zur Vernichtung der Menschheit führen. Jetzt oder nie, Captain. Wie wirst du die menschliche Rasse retten? Mit Klebeband. Freunde, Ducktape. Ja, Panzerband. Nur das, das wird am Ende die Menschheit retten. Ich bin mir ganz sicher, dass eines Tages irgendwo in der Geschichte der Menschheit Ducktape eine ganz große Rolle spielt. Tut es jetzt schon. Aber alle hassen es, weil es aus Kunststoff ist. Und naja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Das Klebeband war unsere Rettung, Captain. Die Schleusenklappe ist nun voll funktionstüchtig und die lästige Ladung ist weg. Wir sind wieder sicher. Der Gestank wird bestimmt auch verschwinden. Eines Tages. Deine Leute sind in Sicherheit, Captain. Was für eine Erleichterung. Herstellung abgeschlossen. Super. Emmett ist fit. Er sieht hellwach aus. Bilde ich mir das nur ein oder wirkt er plötzlich viel kompetenter? Tja, Baby ist fit und ist hellwach. Sehr gut. Okay, wir müssen uns echt... Ich mach noch eine Suppe. Wir haben noch ein paar Chemikalien. Das heißt, wir können noch so ein paar Sachen herstellen. Äh, ich werde auf jeden Fall noch eine Suppe herstellen. Definitiv, die werden wir brauchen. So. Der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt. Okay. Äh, Oxygen Waste Kurs Moskau. Hat eine Fehlfunktion. Ich weiß nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat. Wir können Sabotage jedenfalls nicht ausschließen. Ja, das ist... Kann ich mir vorstellen. Du solltest den Filter reparieren. Du kannst Moskau aus dem schwerkraftlosen Bereich zwischen Rumpf und Außendeck erreichen. Äh, boah. Ich schick mal Megan, oder? Geschmeidig, clever. Komm, wir schicken Megan. Megan macht das. Ansonsten wird Megan halt zerteilt. Aber ich find's auch geil, dass du so viele Crew-Zusammenstellungen in dem Game machen kannst. Du kannst ja wirklich... Also, jetzt von jedem Käpt'n mal abgesehen. Jeder kann mal Käpt'n sein, ne? Aber du hast ja noch ganz andere... Noch zwei andere Charaktere oder so. Ach, Leute. Das Spiel ist so toll. Und das spielt sich halt auch so geil. Straight to the edge. Wisst ihr, was ich meine? Oh, jetzt geht's langsam los, glaub ich. Emmett will essen. Käpt'n will essen. Baby will essen. Megan, alle haben Hunger. Okay. Megan ist tapfer durch den schwerkraftlosen Bereich gesaust. Das Geschick, mit der sie den beschädigten Filter geschnappt hat. Er nimmt dich an einen in Kleber getauchten Gekko. Wow. Sie ist so kräftig an dem Filter und wurde von einem Ausstoß puren Sauerstoffs getroffen. Käpt'n, meine Sensoren zeigen an, dass der ganze Sauerstoff Megan schlauer gemacht hat. Eine Verbesserung des menschlichen Verstands sollten wir auf jeden Fall feiern. Okay, cool. Megan ist schlauer geworden, aber hat Hunger. Hunger, 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 Hunger. Alle haben Hunger. Okay, ich würd' sagen, ne, wir geben allen Suppe. Alter, Leute, jetzt, das ist, das ist, Suppe ist, warum fressen die alle so viel? Gefällt mir eigentlich gar nicht gut, ne? So, gestern Nacht hab ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das, warum, tut nichts zur Sache. Ja, ne KI, die sich Designs für sehr schöne Maschinen ansieht. Das ist halt KI-Porn. Ne, so ne richtig schöne Explosionszeichnung, da stehen sie drauf. Aber jetzt, pass auf! Ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Schattel des Arztruppelprogramms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unserem fehlt ein Hebel, aber ansonsten scheint er funktionstüchtig zu sein. Du solltest in der Lage sein, den Automaten zu reparieren, ist ja kein Hexenwerk. Ja, hm. Klebeband oder Schaufel? Beim letzten Mal hab ich Klebeband genommen. Vielleicht nehm ich jetzt die Schaufel mal zum Ausprobieren. Ich würd's gern ausprobieren. Oh, Mann, Leute. Ja, ich muss Suppe herstellen. Im Moment ist Nahrung eigentlich der Hauptfokus. So, gnadenlos mit einer Schaufel auf die Maschine einzuprügeln, musste einfach funktionieren. Wenn der Griff sich nicht an Stelle eines Hebels darin verklemmt hätte, bin ich sicher, dass sich der Automat selbst repariert hätte, um diesen Lärm am Ende zu setzen. Ich bin so stolz, ein Mitglied deiner Besatzung zu sein, Käpt'n. Ja. Jetzt nur noch ein wenig dran ziehen und, na bitte, Käpt'n, eine brandneue Suppendose. Direkt aus dem Automaten. Dummerweise enthielt er nur eine Portion. Keine Sorge, ich hab mich bereits um den restlichen Müll gekümmert. Okay, ähm, Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand, Suppe verfügbar. Du bist nicht mehr hungrig. Keine Trationen. Keine Suppe. Keine Suppe. Okay. Cool. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, die haben jetzt erstmal gegessen. Das heißt, wir haben vier Suppen. Was kostet das hier? Das kostet... Oh, Mann. Ja, ein Erste-Hilfe-Kasten wäre ganz cool, aber wir könnten auch mal das Feuerzeug herstellen. Und mir ist aufgefallen, wir haben ja noch gar keine Ritualstatue. Wie regeln wir das denn am besten, Leute? Naja, egal. Captain, wundervolle Neuigkeiten. Die Scanner haben einen Behälter auf. Gespürt, der in unserer Nähe durch den Weltraum schwebt. Was da wohl drin ist? Hm. Ja, versucht den Behälter an Bord zu bekommen. Auf jeden Fall. Wir gehen alle Gefahren ein. Auch wenn man die letzte menschliche Überlebensklasse ist, muss man doch versuchen, jedes Risiko einzugehen. Weil, was hat man noch zu verlieren? Der Planet ist weg. Die geheimnisvolle Ladung, die unsere Scanner gestern entdeckt hatten, ist nun an Bord. Öffnen in 3, 2, 1... Es ist leer. Vollkommen leer. Was für ein Reinfall. Baby ist immer noch hellwach. Herstellung abgeschlossen. Neue Gegenstand Feuerzeug. Na toll. Wofür habe ich... Oh, was ist das hier? Guck mal, der hat ein ganz anderes Bild plötzlich. So kryptische... Scheint also doch wichtig zu sein. Wollen wir einen Erste-Hilfe-Kasten herstellen? Ne, jetzt wo ich akut keinen brauche im Moment, ne? Komm, ich hau den... Einen von den Zehner-Chemikalien hau ich noch für Suppe raus. Hauptcomputer. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Sie könnten eine Störung durch eine Sonneneruption sein. Oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Also er ist clever. Er ist genial. Mussten wir überlegen. Passabel. Sie ist auch clever. Hat sie nicht durch den Sauerstoffschoss mehr Intelligenz bekommen? Naja, ich würde sagen, wir nehmen Emmett. Wenn wir Emmett dabei haben, dann kontrolliert Emmett natürlich die Signale. Tag Nummer 8. Erster Kontakt. Okay, wir haben Kontakt aufgebaut. Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. So, wir konnten endlich Signale entschlüsseln. Die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. Sowas haben wir nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einige von ihnen treffen werden. Unser oder insbesondere dein Leben wird sich für immer verändern, Captain. So, Emmett hat fantastische Arbeit geleistet. Er konnte ein paar elektromagnetischen Interferien zu einer Art potenziellen Ladepunkt auf unserer Flugbahn zurückverfolgen. Und so voraussichtlich Dauer bis zur Ankunft auf den Himmelskörper, was auch immer es sein mag, beträgt. T, minus fünf. Suppe haben wir. Captain hat Hunger. Alle haben Hunger. Megan fragt nach mehr Rationen. Okay, ich muss hier versuchen, irgendwie so einen leichten Rhythmus reinzukriegen. Weil wenn die alle immer gleichzeitig essen wollen, haben wir ein Problem. Obwohl, sobald wir Leute auf Expeditionen schicken können, haben wir dasselbe Problem ja nicht mehr, theoretisch. Also, er braucht auf jeden Fall was zu essen. So, du auch. Ach komm, Suppe an alle, was soll's. Ich muss Suppe herstellen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich hab keinen Bock hier zu verrecken. Oh. Captain, wir bewegen uns nicht mehr. Ein Robot hat uns fixiert. Übertrage seine Nachricht auf den Hauptbildschirm. Möchtest du im Universum Gutes tun? Die Pflaumenschuppen brauchen deine Hilfe. Ein Bild von einem Tier, höchstwahrscheinlich eine Pflaumenschuppe. Er streckt sich über den Bildschirm. Es ist eine Mischung aus einem Wildschwein, einer Schlange und einem überfahrenen Tier. Schräge Wesen sieht ich erwartungsvoll an. Seit ihre Meister ausgestorben sind, leiden die Pflaumenschuppen unter Freiheit. Sie sind daran nicht gewöhnt und stehen kurz vor dem Aussterben. Spende Suppe für die armen Pflaumenschuppen. Mehr als eine Dose ist gar nicht nötig. Dann werde ich das Schiff dankbar wieder fliegen lassen. Was sollen wir tun, Captain? Keine Ahnung. Wir schlagen sie mit einer Schaufel. Ich hab kein Essen. Du hattest kein Mitleid mit den Pflaumenschuppen. Du hast dich aus der Lustschläufe hängen lassen und den Roboter heftig mit einer Schaufel geschlagen. Aber es waren deine Worte, die dem Roboter einen noch größeren Eindruck hinterließen. Als dem Schrein von den Mühsalen eurer Reise erzählt das, bekam er Mitleid. Sofort teilte er seine Ressourcen mit euch. Dann machte er Fotos von euch. Er schwor, dass er eine Kampagne ins Leben rufen würde, um Metalle für die Menschheit zu sammeln. Ich werde nicht drohen, bis sich jeder einzelne Mensch vor atomarer Strahlung schützen kann, verkündete er plakativ und verschwand. Die Chancen stehen gut, dass der Anblick von euch mehr Mitleid erweckt als der einer Pflaumenschuppe. Unser Kurs ist unverändert. Schon bald kommen wir am möglichen Landeplatz an. Geschätzte Ankunft in T-4. Wir haben alle keinen Hunger mehr. Oh, guck mal. Ein Liebessymbol war das damals auch. Schon ist... Ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Okay, wir können eine Kuh herstellen. Wir können aber auch noch Dinge recyceln. Ich würde sagen, ich recycle mal das Feuerzeug. Weil wir jetzt Steine bekommen haben. So, sie könnte mich weiterbringen. Das Signal in meinem Rauschen seien. Ich stand mit dem verlassenen Shuttle in Kontakt, das wir vor einiger Zeit entdeckt haben. Sie hat eingewilligt, sich mit uns zu treffen. Uns. Ich meinte mit uns. Also, du musst zusagen, Käpt'n. Sie treibt ohne Besatzung dahin und hat angeboten, ihre Ressourcen mit uns zu teilen. Es gibt ja nur ein Problem. Sie ist Kommunistin und sie glaubt, dass wir auch Kommunisten sind. Okay. Sie hat mich mit ihren Triebwerken geblendet und da ist es einfach rausgekommen. Sie ist jedoch kein schlechtes Schatten und beledigt nicht, dass wir auf unsere Berechnungen stolz sind. Wenn du ihre Ressourcen willst, musst du mitspielen. Ich weiß nicht, äh, wie? Biete dir eine Suppe an, erzähle dir, dass du kontaktfreudig bist und gerne feierst. Dir wird schon was einfallen. Was meinst du, Käpt'n? Okay, wir bieten eine von unseren letzten Freundschaftssuppen an, die wir haben. Tag Nummer 10. Ich bin mal gespannt, wer als erstes verhungert. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, zum verlassenen Shuttle zu fliegen und dich als Kommunistin auszugeben. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Ich glaube, deine Bereitschaft, die Suppe zu teilen, könnte überzeugen. Danke, dass du mich nicht gehetzt hast. Ich hätte stundenlang mit ihr Daten austauschen können, als wir in ihrem Dock anlegen und sie mir Daten für meinen Algorithmen einspielte. Verging mir die Zeit langsamer. Okay. Ich glaube, ich begann im Oktalsystem zu zählen. Wir einigten uns, äh, als Freunde auseinander zu gehen. Ja, so ist es nun mal im Weltraum. Sie war mit ihren Ressourcen sehr großzügig. Du kannst dich also nicht beschweren. 40 Chemie. Planet oder nicht, worauf immer wir zusteuern. Es kommt näher. Geschätzte Ankunft. T-3. Emmett ist hellwach. Recycling ist abgeschlossen. Okay. Dosensuppe herstellen, Leute. Wir müssen jede Menge Suppen herstellen, weil sonst haben wir wirklich bald ein Problem. Niemand sollte hungern. So, Captain, wir begeben uns jetzt in ein Feld aus komisch-kosmischem Gas. Sein Ursprung ist unbekannt, doch ich habe eine Theorie. Oh, oh, riechst du das? Hat da jemand vergessen, sich jemand die Zähne zu putzen? Haha. Nein, es ist nur Gas, ähm, das durch ein Leck ins Shuttle gelangt. Jemand könnte versuchen, einen Teil davon für später zu isolieren. Auf jeden Fall solltet ihr den Nebenwirkungen entgehen. Naja, dann würde ich Emmett schicken, oder? Emmett oder Megan? Aber er ist halt einfach geschmeidig und genial. Er ist nicht super stark, aber er wird sich mit dem Gasleck da schon auseinandersetzen, irgendwie. Äh, ja, dann machst du es auch schon wieder. Tag Nummer 11. Emmett hat hervorragende Arbeit geleistet und verhindert, dass zu viel Gas ins Shuttle gelangt. Er konnte Gas isolieren. Okay, geil. Weil 20 Chemikalien, unser Kurs ist unverändert, Babys hellwach, Herstellung abgeschlossen. Okay, niemand hat Hunger, alles ist gut. Freunde, aber wie es heute an Tag Nummer 11 weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Episode, Freunde, von Sixty Parsecs. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen, vor allen Dingen suppenreichen Tag. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen und ciao! 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 !